ich gehe mal zum Schulkiosk ich habe ja noch viel Zeit und kaufe mir noch Zucs wie viel kostet einmal Zucs? Achso, ok, dann kaufe ich mir mal eine Packung Zucs ja, ich habe noch Zeit, ich gehe mal geschillt dahin ja, gleich bin ich bei ja klasse bestimmt wartet schon die Lehrerin auf mich, wir schreiben ja heute eine Klassenarbeit aber ich hoffe, ich schneide es gut ab, ich habe ja ganz viel geübt ja, ja, schaue ich ach, oh, du bist ja viel zu spät, schon wieder, wir schreiben da ja eine Mathearbeit, jetzt aber flott, ey Mann, dieses Kind bringt mich noch um, ey ja, dann schreibe ich jetzt die Klassenarbeit, Miss Maja ok, mal gucken ja, die geht ja richtig schwer 4 geteilt 8 geteilt durch 2 2 8 geteilt durch 4 ist gleich 2 2 mal 7 14 Oh, ein Monster Hi, ich bin das Mathe-Monster Achso, du hast mir geholfen Ja Oh, du hast ja alles richtig, du bist der Klassenbeste Ja, ich habe ja wirklich alles richtig Das war ja mal ein geiler Test Danke Tschüss Tschüss Ich bin das